Ich wünsche dem FNN erstmal heute viel Spaß und für die nächsten zehn Jahre der Arbeit, dass er sich schön an seinem eigenen Plan, an der Strategie, an den Zielen orientiert und genauso gut wirkt mir bisher. Alle sind gut gelaunt, alles ist super vorbereitet, es wird perfekt. Wir vernetzen uns hier und feiern zehn Jahre FNN und bringen die Branche komplett neu voran an dieser Stelle. Ich persönlich verbinde mit dem FNN sehr viel Arbeit, viele intensive Diskussionen, die teilweise auch kontrovers sind, aber in der Regel sehr konstruktiv. Für mich ist der wichtigste Meilenstein in dieser ganzen Geschichte eigentlich die Entwicklung der Roadmap, weil sie beschreibt die Zukunft, die wir erarbeiten können und die wir erarbeiten müssen. Ich persönlich verbinde mit dem FNN, Das war ein fantastischer Tag heute mit einem perfekten Ende jetzt heute Abend und wir fühlen uns alle hier sehr, sehr wohl. Es ist ein gutes Gefühl heute mit dabei zu sein, es ist eine tolle Gemeinschaft und ich glaube, wir werden noch viel bewegen in Zukunft.